also herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge der elden scrolls 1 alter elden ring 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 zu einer neuen folge elden ring nicht elden scrolls was geht mit mir ja in der letzten folge haben wir die power der wölfe noch mal gut bezeugen können die katze war beim dritten mal oder vierten mal wird wirklich kaputt und es ist nebliges wetter gerade okay vorsichtig beim fliegen und dass das perfekte goldene sonnenblume es gibt also noch sonnenblumen ok nice die russen wird online nicht der typ die russen werden sich freuen ja wölfe sind cool es geht weiter zum strand den großen da kenne ich und den großen da will ich nicht bekämpfen bei den habe ich überhaupt nicht glaube ich klein gekriegt oder keine ahnung ich ich sag noch mal im voraus schon mal bescheid ok den großen da werde ich nicht bekämpfen weil ich es noch nicht geschafft habe mein aber das geht auch ok weil es noch nicht schafft habe ihn überhaupt besiegen den network test ja also gibt sie bling bling es gibt die bling bling hier hilfe brain afk einkaufen zurück also weiter zum strand und ja das war's ach ja sonnenblume ich wollte mir die sonnenblume durchlesen wo ist die da ist die eine große blume deren blüte dem erdenbaum zugewandt ist nein nein war die nicht material zur herstellung von objekten findet man am fluchten der erdenbäume obwohl sie verwelkt und verblasst ist enthält sie immer noch heilige essenz und die hat eher in richtung schloss geschaut als richtung eldenbaum nun gut wie dem auch sein bei die statue was gibt es hier ah pilze irgendwo irgendwelche scharfe dessin wie rollen der hat ihn da komm ich bin gerade nicht auf jagd da wäre noch irgendwo dieser goldene reiter wollen wir den auch mal versuchen ich meine wir haben ja jetzt ein pferd nein nein erst mal einkaufen erst mal einkaufen erst mal einkaufen ich wollte gerade ich habe gerade überlegt die wölfe zu fahren wo bin ich glaube es ist ja nicht schon wieder daneben dankeschön hallo karl oder kiel oder wie du hieß ist das eine trommel hast du eine trommel an einem stab dran egal nein nicht mehr wurfdeutsche sondern handbuche genau handbuche handbücher nicht handbuche ey wie deutsch ich denn hier ich nehme das jawoll jawoll dankeschön so was gibt es neues zu tun was gibt es jetzt neues zu tun feuertopf feuertopf mit kordel wachenwurfpfeile roberosien regenbogensteine pfeile sind die pfeile neu ich weiß nicht mehr oh hä doch kein knochenwurfpfeil ach doch wurfpfeile und werfen das das limitiert mich ok cool dankeschön ich habe noch 129 kaufe ich noch fünf deutsche schicht nee ich war lieber so lasst uns mal den goldenen ritter probieren hehehe da 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 oh oh der herr wööö ist das weg nein wölfpfeil ist das tot daneben wow nein Jerusalem dann die wöö die die zu die die des die du und dass siehst du nioh oh gott hey ich lebe noch ja was macht er jetzt in legt man hier hat ein baum gefällt was ist mit der frame rate durch wenn er den schild aktiviert die frame rate Hilfe. Hilfe, die Framerate. Ah. Nein. Oh, was, 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 was? War das mein Pferd? Man hat mein Pferdhagen genommen. Scheinbar. Okay. Warum drückt er nicht die Kluge manchmal? Nein. Nein. Ich brauche Items für meinen Platz. Nein. Oke. Brian, dann lieben. Nein! Ah, das war doch so gut! Nein! Okay, das war doch so gut. Oh, das hat sogar Spaß gemacht. Ich kam mir vor wie so in einem Ritterzoon. Ich weiß, wo so zwei Reiter hier aufeinander zugehen mit ihren Lanzen. Oh, das hat voll Spaß gemacht. Das will ich nochmal machen. Aber leider war es ein bisschen lecky. Oh, ich bin ja noch hier. Oh. Gut, okay. Erstmal herstellen. Äh, für mein Pferd. Genau, Rora-Rosine. Äh. Genau. Äh, wie viele? Oh, so sieht das Crafting-Ding also aus. Okay. Äh, 25 reichen. Oh, ich kann 30 maximal tragen. Dann mache ich 30. Okay. Ich mache maximal 30. Dankeschön. 30. Und lege die mir gleich mal ins... Äh... Da rein. Da... Die geistig sind. Ja. Ja... Erstmal... Äh... Wichtiger Test. Er muss das mal anspringen. Ja, komm. Brum, 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 brum. Na, spring an. Herr, die Pilze. Ah, jetzt. Jetzt ist er angesprungen. Kann ich dich... Während des Reitens füttern? Oh, ich muss dich sogar füttern. Oh. Ja, lass es dir schmecken, Junge. Was hast du verdient? Du arme, 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 Junge. So, nochmal eins, nur um sicher zu gehen. Okay. Uiuiui, du arme, 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 Junge. So, bling, bling, lass ich mal liegen. Ich möchte weiter mit dem Ritterturnier weitermachen. Boi, boi, hi, 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 hi. So. Nee, ich will mich hinsetzen, nicht mich. Ah, es hat geleckt. Kann ich jetzt? Nein, ich kann immer noch nicht. Jetzt kann ich. Sehr gut, danke schön. Ähm. Ja, hat Spaß gemacht, aber so richtig. Ist nur blöd, wenn er sein leuchtenden Schild aktiviert und es dann anfängt zu lecken. Ich glaube, das ist eine super Kraft. Er kann die Frame Rate runterdrehen vom Gegner. Also mir. Wo ist... Wo ist... Wo ist... Da hinten, okay. Cool, dass er einen auf Baumfäller machen kann. Bei einer riesigen, goldenen, helle Bar dutter, was das da ist. Hilfe, leck die, leck, leck. Leck die, leck, leck. Hallo, Blume. Nur mal so eine Frage. Kann ich eigentlich treten? Nein? Okay. Okay. Wölfe, zu mir. Wölfe, zum Angriff. Ah ja, ich sollte was trinken. Wölfe, zum Angriff. Toll. Nein, daneben, Mann. Anvisierung. Ich glaube, das ist ja nicht. Daneben. Oh, Mann. Jetzt ist es so lecken, Dose. Nein, Wölfe. Wölfe. Ach, Mann. Wenn du mal bitte nach... Oh, laut. Understandable. Hat ein nice day. Das war ein Kletter. Nein, mein Pferd. Nein, mein Pferd. Ich weiß nicht. Das war ich. Das wird stundig. No. Nein, mein Pferd. Was? Was zum Töntel war das gerade? Der hat nicht aufgewichen. Och, Manu. Nee. Ob ich den parieren kann? Ey, ich will es nicht ausprobieren. Ritterkämpfen macht mehr Spaß. So. Äh, erst mal Pferdchen. Sturmwind heißt du eigentlich. Hm. Hier für dich. Okay, du bist geheilt. Kann ich? Ich kann sogar auf dem Reitenwölfel herbeipfen. Das ist ja cool. Boim. Höhöö. Gibt es hier Fallschaden? Oh. Ach, da ist das dann. Kann ich das nicht beim Reiten aufsammeln? Doch, kann ich. Geht aber schwer. Da ist schon was gewachsen. Wo ist jetzt? Rittergold. Oder wie der hieß. Ich habe nicht auf seinen Namen geguckt gerade. Egal, ich beschwöre schon mal die Hunde. Und trinke was. Und trinke was. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ich weiß, er ist jetzt auch unsichtbar. Hm. Was? Der Realien? Wo? Ach so, die Bumme. Hm. Hm. Um. Was ist das? Ja, äh, das sind die Wölfer? Wo ist der Typ? Egal, hast du was Neues zu sagen? Es ist Zeit, dass du losst, denke ich, zu Kastel Stormvale. Wenn du den Elden Ring suchen möchtest, wie du bist. Das war ja voll uncool. Ja, jetzt ist er, da, hurra. Ja, der Sturmwind muss erstmal wieder anspringen. Ja, ich muss das Ding noch aktivieren. Genau. So, wir kämpfen zu meinen Bedingungen. Hier auf dem offenen Ding, hoffentlich. Ich sehe die Schatten der Wölfe. Schattenwölfe, das sind es! Ah, hallo. Oh. Hmm. Oh. Julian? Hu 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 Huhuhu Lu 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 Lu..Kom her? Komm her! Komm her! 好吧 acquainted cę.. Nein Jawohl Nein, wirklich. Was? Was? Achso. Was da auch immer passiert ist? Er hat mich scheinbar vom Pferd geschließen. Ah. Irgendein Wolf ist noch irgendwo am Leben. Nein! Ach, dammit! Ich hoffe, ich muss jetzt nicht schon wieder so lange warten. Bis er wiederkommt. Ah. Minu. Ja, und sonst, so wie geht's euch? Besteht's? Alle gesund und munter? Der lädt irgendwie jetzt richtig lange. Wie kann ich mit Shift und Linksklick, wenn ich reite schwere Angriffe machen? Oder rechtsklick? Hm. Okay, man kann aber Leute vom Pferd stoßen. Hallo, laden? Okay, das Spiel funktioniert noch. Ich kann die Tipps wechseln, aber warum lädt er noch? Hallo? Hm. Nun gut. Es war einmal ein kleiner Junge in einem großen Wald. Meine Eltern haben ihm gesagt, verlasse nie diesen Wald, weil dieser Wald wird dich beschützen und dich ernähren. In diesem Wald bist du sicher von der Außenwelt, denn die Außenwelt besteht aus Steinwegen und Häusern, die meterweit hoch in den Himmel raten. Keine Ahnung, wie vielen modernen Menschen, die da wohnen, überall Stein, du kannst dich dann von nix ernähren. In keiner dieser sogenannten Städten findest du Beerenbüsche, findest du Tiere zum Jagen oder frische Becher zum Trinken. Dort besteht alles aus irgend so einem Stein. Und der kleine Junge wunderte sich. Aber Mama, Papa, wie können die sich denn überhaupt ernähren? Da meinte Papa, ja, das ist ein Geheimnis, das wissen wir nicht zu lösen. Aber wir, Hauptsache wir, können uns ernähren von Büschen, den Tieren und den Bäschen. Wart ihr schon mal außerhalb des Waldes, Mama und Papa? fragte das Kind seine Eltern. Nein, mein Sonnenschein, sagte die Mutter. Wir waren nie draußen, waren immer im Wald und haben vielleicht maximal von zwischen den Bäumen raus aus dem Wald geschaut. Da fragt das Kind die Eltern. Aber wie sieht es denn dort draußen aus? Gibt es dort überhaupt auch noch andere Wälder? Da sagten Mama und Papa. Nun, Sohn. Sohn. Äh, sagte Papa. Es gibt nur einen Wald und in diesem leben wir. Und dieser Wald ist ein riesiger, denn dieser Wald sorgt dafür, dass der Rest der Welt auch überleben kann. Denn wie jeder weiß, spenden Bäume Sauerstoff. Äh, daraufhin erwidert die Mutter. Aber seit den letzten paar Jahrzehnten scheint unsere Grenze zur Außenwelt immer kleiner und kleiner zu werden. Es erscheint uns fast so, als ob der Stein sich ausbreitet. Da erwiderte der Vater. Nun, ja, das mag zwar recht sein, aber ich nehme mal an, dass ihre Welt genauso wächst wie auch unsere, der Wald. Daher glaube ich, dass wir einfach drumherum um uns wachsen. Wie zu uns, wie nach hinten, wie nach rechts, wie nach links, irgendwie sowas. Darauf erwidert der Sohn. Aber was sind das für Geräusche, die manchmal aus den, äh, aus der Steinwelt kommen? So, so laute, äh, äh, kröllende, donnernde Geräusche. Und was sind das für, für, für seltsame, riesige Vögel, die manchmal am Himmel fliegen? Nun, mein Sohnemann, das sind, äh, deren Pferde und Kühe. Und was es mit den riesigen Vögel auf sich hat, das mögen nur die Steinleute zu wissen. Denn für uns Waldbewohner hat dies keinerlei weiterer Bedeutung oder Sinn, um den wir uns jetzt den Kopf zerbrechen müssen. Im Wald sind wir sicher und diese riesigen Vögel werden wir uns nicht sehen. Äh, werden uns nicht sehen, sollten sie was, äh, im Schilde führen. Also, Junge, wie lange geht noch der Ladebildschirm hier? Hallo. Okay, folgendes. Ich glaub, der lädt grad nicht richtig, oder er lädt, oder er kommt nicht zur Potte. Äh, Waldjunge und Steinstadt. Äh, die nächste Episode gibt es im nächsten langen Ladebildschirm. Ja, ich glaub, ich muss mal ganz kurz das Spiel neu starten. Hm. Hallo? Keine Rückmeldung, Geldnerin, alles klar. Task beenden, bitte. Dankeschön. Warum ist der Task noch offen? Ah, also. So, halli hallo, wie geht's denn so? Da sind wir wieder. Ja, so, nimmt der auch auf? Ja, der nimmt auch auf, sehr schön. Äh, ja. Äh, goldener Ritter. Nein, 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 nein. Ja, was ich ausprobieren wollte. Äh, nein. Äh. Jo, das ist ein schwerer Angriff. Ah, Shift kann ich drücken. Okay, dann schau ich mal. Kann. Ja, da muss erstmal warm werden. So. Kann ich? Wenn ich Shift drücke. Und jetzt, wenn ich rechtsklick drücke. Ah, nice. Nice. Okay. Sehr schön, das wollte ich wissen. Gut. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Komm, komm hier. Toll! Nein! Nein! Volle! Hallo! Dankeschön! Willst du geheilt werden? Nein, musst du nicht! Ich muss geheilt werden! Leck! Leck! Oh! 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 Das gibt's doch nicht! Ich will's durchfetten! Mann! Weich aus! Na immerhin, die Wölfe haben überlebt. Ja, einer. Jetzt schon tot. Ach, Mann! Ah! So, ich hoffe, das wird jetzt nicht so lange dauern, dass ich eine Lage für Geschichte mir erfinden muss. Ah, endlich! Jawoll! Musst du nicht warten! Sehr schön! Wurde ich mein Pferd teilen? Nein! Nein! Okay! Äh, folgendes. Wenn ich... Wenn ich einen schweren Angriff mache... Ich kann... Aha! Ich kann nicht... Okay, ich kann nicht ausweichen, wenn ich... Alles klar! Gut! Okay! Okay! Whoa! Oh! Woin! Huh? Du das nicht! Oh! Ich bin ... Ich bin... Ich bin du... Ich bin... Ah... ... Ich bin ich... gut dann warten wir noch mal bis er kommt kann schon mal die wölfe herbei beschwören und was trinken bevor ich es vergesse und ich bin müde nein wölfe wölfe wo seid ihr ihr seht die schatten nicht auf dem bogen wölfe hä was was toll okay da kann sich teleportieren ich hoffe das macht er nicht im kampf gut ich bin empört Okay. Das war's. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Willst du mich veräppeln? Was? Willst du mich veräppeln? Ich bin empört. Willst du mich veräppeln? 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 Willst du mich veräppeln?